Als ich meine Kinder bekommen habe und lange Zeit nachher, habe ich meine Mutter weniger verstanden denn je. Also dieser Ruf, den die Eltern immer haben, so wie mit einem gewissen Groll und auch Hass, dass sie einem sagen, wenn du erst mal Kinder hast, wirst du mich verstehen. Und natürlich, bei mir war es das Gegenteil, ich habe sie weniger verstanden. Also mir war das einfach nicht klar, wie man ein siebenjähriges Kind oder ein neunjähriges Kind nehmen kann und praktisch über die Arbeit dieses Kindes leben kann, also von dieser Arbeit. Und meine Eltern haben sich ja von dem Geld, das ich verdient habe, Mercedes gekauft. Ich habe ja nie was gehabt von dem Geld.